Hallo und herzlich willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema mehr Geld verdienen. Dazu habe ich einen echten Experten zu Gast, Andreas Kott. Hallo Herr Kott, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Schneider, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Kott, was ist denn der Grund oder was sind typische Gründe, warum heute immer mehr Menschen mehr Geld verdienen wollen oder auch müssen? Ja, sie wollen ihren Lebensstandard erhöhen, ist ganz klar. Viele wollen auch eine Familie gründen vielleicht. Kinder haben oder ein Haus bauen oder kaufen. Manche wollen ihre Hobbys finanzieren oder ja ganz einfach besser leben. Einfach gesünder leben, besser leben. Was mich allerdings in der heutigen Zeit so richtig beschäftigt, ist die Tatsache, dass immer mehr Menschen gezwungen sind nebenbei ein Zusatzeinkommen zu haben, um ihre ganz normalen Lebenshaltungskosten zu decken. Wenn Sie heute jemandem empfehlen, ein Zusatzeinkommen sich aufzubauen, weil er das eben will oder muss, wie Sie gerade gesagt haben, was empfehlen Sie denn da für Varianten? Was würden Sie eigentlich empfehlen? Ja, grundsätzlich würde ich mir empfehlen, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen. Was aber die meisten tun, oder? Ja, sicherlich, klar. Und sich mehr für seine Leistung und seine Effektivität bezahlen zu lassen. Dann verdient man auch viel mehr Geld. Und ja, man muss ganz einfach sagen, die Art, wie man heute Geld verdient, die hat sich auch gewandelt. Mit dem Wandel, in dem wir auch sind. Heute konzentriert man sich mehr auf Dienstleistungen und aufs Internet auch. Hört sich interessant an, aber würden Sie denn heute jedem empfehlen, das Nebeneinkommen übers Internet aufzubauen, also im Internet Geld zu verdienen? Nein, nicht jeden. Ganz klar. Nicht jeder ist ja auch affin fürs Internet. Es gibt genug Möglichkeiten für Leute, die Internetmarketing oder im Internet tätig sein wollen oder auch nicht. Für mich persönlich gilt ganz einfach eine Mischung als optimal. Eine Mischung zwischen Online und Offline. Das heißt also, wenn man heute Face-to-Face tätig ist, dann braucht man auch entsprechendes Werkzeug, genauso wie wenn man im Internet tätig ist. Und nehmen wir beispielsweise mal Networkmarketing. Im Networkmarketing hat man früher hauptsächlich Face-to-Face gearbeitet. Also da war persönlicher Kontakt 100 Prozent. Heute mit dem großen Wandel, gerade mit dem Internet, hat sich das alles gewandelt. Und wir haben gerade in dieser Branche sehr viele Möglichkeiten, zusätzlich diese Tätigkeit noch effektiver und auch gewinnbringender zu machen. Also Sie empfehlen einerseits sozusagen das Gute aus der alten Welt und das Gute aus der neuen, sprich der Internetwelt, miteinander zu verknüpfen. Das klingt spannend. Jetzt haben Sie Networkmarketing angesprochen. Was ist denn das überhaupt? Was meinen Sie mit diesem Wandel? Haben Sie da ein Beispiel für uns? Ja, Networkmarketing ist grundsätzlich eine Vermarktungsform. Da bringt man Produkte vom Hersteller zum Endverbraucher. Und die Endverbraucher können selbst auch Werbung machen für die Produkte, die sie gut finden, die sie selbst verwenden und auch die Vermarktungsmöglichkeit weiter empfehlen. Dadurch entstehen natürlich weiter neue Interessenten und Menschen, die die Produkte auch verwenden und vielleicht auch die Geschäftsmöglichkeit nutzen. Dadurch hat die Firma natürlich auch mehr Umsätze. Und wenn die Konsumenten dann von den Umsätzen beteiligt sind, dann haben die automatisch ein Zusatzeinkommen. Wenn man im Networkmarketing tätig ist, dann hat man selber die Entscheidung, mit wem man arbeitet, wie viel man arbeitet und wann und wo man arbeitet. Und das ist sehr, sehr gut heutzutage. Die Art und Weise dieses Geschäftes oder dieses Berufes, sage ich ganz einfach mal, bringt auch eine sehr, sehr angenehme Win-Win-Situation von Anbieter zum Endverbraucher. Das klingt alles sehr interessant, sehr gut, fast sogar ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt. Aber was ist genau diese Win-Win-Situation? Wie funktioniert das? Ja, wir denken ja heute und handeln auch besonders in Netzwerken. Und so ist es auch im Networkmarketing. Ich hatte beispielsweise eine Kundin, die war nur Endkundin. Und die hat dann irgendwann festgestellt, dass sie zu wenig Rente hat, also zu wenig Einkünfte. Und hat dann die Produkte, die sie mag, einfach in ihr Netzwerk rein empfohlen. Und dadurch ist ein Einkommen entstanden, ein regelmäßiges Einkommen, was sie jetzt von der Netzwerkfirma bekommt, das höher ist, als das, was sie von dem Staat bekommt. Also sie bekommt von der privaten Networkfirma mehr Geld jeden Monat als vom Staat. Und das ist natürlich hervorragend. Sie müssen nur darauf achten, wenn Sie in dem Bereich tätig sind, dass Sie das richtige Werkzeug besitzen. Klar, Werkzeug braucht man. Aber was meinen Sie genau mit dem Werkzeug für diese Tätigkeit? Da schauen Sie, die Zeiten ändern sich ja ständig. Und für jede Zeit braucht man auch das entsprechende Werkzeug. Das sehen wir auch in der, ja sagen wir mal, Entwicklung der Menschheit. Wir haben früher andere Werkzeuge gehabt, wie wir heute benutzen. Und heute muss man auch in dem Bereich ein zeitgemäßes Werkzeug haben, um auch erfolgreich zu sein. Ich habe da ein Konzept entwickelt, speziell für Network Marketing, das heißt Network Marketing for You. Das ist ein Konzept, mit dem Sie systematisch zum Erfolg kommen. Sie können es als Ausbildungskonzept nutzen oder auch als wie so eine Art Nachschlagewerk. Das wirkt wie ein Navigationssystem. Sie haben damit die Möglichkeit, systematisch zum Erfolg zu kommen durch den Einsatz von Hilfsmitteln, die gerade in Bezug auf das Internet diese Tätigkeit sehr einfach machen oder macht. Das bringt natürlich mehr Sicherheit, finanzielle Sicherheit auch und mehr Lebensstandard. Das ist spannend. Sie haben da einen Kurs entwickelt. Das heißt, Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, mehr Geld verdienen über das System Network Marketing, was ja spannend ist, weil im Grunde Empfehlung sprechen wir ja alle immer wieder aus und sich die Empfehlung versilbern lassen. Warum nicht? Und das heißt, Sie helfen diesen Menschen, die diesen Kurs besuchen, dann im Network Marketing auch erfolgreich zu werden oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Ich biete so einen Kurs an. Ich mache auch Einzelcoachings. Dieses Konzept, was ich entwickelt habe, ist ein Baukastensystem und aus diesen Baukastensystemen kann man sogar auch für andere Bereiche einige Dinge nutzen, um die dann in seinem Beruf optimal einzusetzen. Ich würde den Zuschauerinnen und Zuschauern ganz einfach empfehlen, Network Marketing for You kennenzulernen und sie werden begeistert sein, was für Möglichkeiten dieses Konzept auch für sie bietet. Okay. Wo kann man denn das machen, dieses Konzept kennenlernen? Ja, Sie können beispielsweise ins Internet gehen, auf meine Internetseite oder einfach mich anrufen oder mir eine Mail schreiben und dann bekommen Sie entsprechende Informationen über dieses sehr, sehr interessante Thema. Okay. Herr Kott, dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Auf Wiedersehen.